Willkommen zu unserer Show! Und schon bald hatte das Kapital sich sämtliche Kritik angeeignet und erschien als aufgeklärter, gebildeter, netter Kapitalismus. Wo jetzt das Volk der Amazonen herrscht. Instagram! Smells like... money. Get your fucking ass up and do the work. It seems like nobody wants to work these days. Who did the work? Who did the work? Who did the work? B Vielen Dank.